Ich tue jetzt den 31. Spiel der Bundesliga und es geht los mit Augsburg gegen Köln. Hier denke ich, dass Augsburg das machen kann und es wird ein 2 zu 1. Freiburg gegen Hoffenheim, das ist so ein Spiel, beide sind im Mittelfeld, geht nicht mehr um irgendwas Wichtiges. Es wird ein 2 zu 0 für Freiburg. Union gegen Bremen, Bremen ist noch so ein bisschen im Abschießkampf drin, denke ich. Und Union spielt noch um die Europa-League-Plätze mit, deswegen kann es glaube ich Union machen mit einem 3 zu 1. Wolfsburg gegen Dortmund, ich hoffe natürlich, dass Dortmund das gewinnen kann, aber ich finde, auswärts gegen Wolfsburg wird es schon wahrscheinlich ziemlich schwer und es wird dann auch nur ein 2 zu 2. Mainz gegen Bayern, das denke ich, kann Bayern machen, weil Mainz ist auch richtig weit im Abschießkampf drin. Bayern hat eigentlich schon fast die Meisterschaft, das wird ein 0 zu 3. Leverkusen gegen Frankfurt, hier denke ich, dass Leverkusen das machen kann, weil Frankfurt spielt es in letzter Zeit, finde ich, nicht mehr so richtig gut. Und Leverkusen wird es knapp schaffen können mit einem 3 zu 2. Leipzig gegen Stuttgart, das müsste eigentlich Leipzig machen können, Stuttgart auch irgendwo im Mittelfeld, wird ein 3 zu 0. Gladbach gegen Bielefeld, da denke ich, dass Gladbach gewinnen kann, spielen auch noch mit um die europäischen Plätze. Bielefeld auch weiterhin im Abschießkampf, wird ein 3 zu 0. Schalke gegen Hertha, Schalke ist jetzt auch offiziell abgestiegen, Hertha hat sich auch schon in letzter Zeit ziemlich gut gerettet und wird ein 3 zu 0 für Hertha. So, das war es mit dieser Prognose, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020